Musik 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 Das war geil Leute Wir haben ein Aufschaum Was ist los? Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Nei! Oh, yeah! Yeah, they're in your feet, my knees. Congratulations! Das ist alles okay. Haut ab, ihr Hängenpenner. Trotz 111 Jahre bin ich noch fit und lebendig. Hallo, kannst du uns ein paar Worte über die Schule sagen? Hey Leute, das ist unsere Schule. Jeder hier liebt sie und gleich werden euch ein paar Schüler sagen, warum. Hallo, was kann man hier machen? Ich liebe den Klettergarten. Hier kann man natürlich klettern und mit Freunden abhängen. Hallo, was kann man hier alles machen? Das ist der Computerraum. Hier kann man lernen, zu programmieren. Hallo, was kann man hier alles machen? Oh, der Chemieraum. Das ist unsere Schule. Ein Regenbogen zum Geburtstag. Das wäre auch was Schönes. Was für ein Zufall. Hier ist der Regenbogenpudel. Na sowas, ich fühle mich wie die Kaiserin von China. Ich bin eine Prinzessin. Ich bin eine Prinzessin. Ich bin eine Prinzessin. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war super schön, ich als ich klein war, da war ich auch mal eine richtig kette Biene. Das glaub ich dir, Roma, du warst bestimmt wie Dynamit. Ich hätte was für dich. Das war's 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 für dich. Und das war's für dich. Das war's für dich. Das ist dein Typ. Und duねst, das war's für dich. Schnaus, aber runterkommt man immer, ne? Das sind aber verschnuppelige Jungs! Nee, was anderes können die bestimmt nicht! Das war's für heute. 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 April 1910. Das war's für heute. 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 Und... 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 Und...